Herzlich Willkommen zum Premium Talk. Entscheidend ist auf dem Platz, aber verbal geht's hier in die Vollen. Regelmäßig mit der Schalker Aufstiegslegende Didi Schacht und wechselnden Gästen. Viel Spaß! Auf und ab, auf und ab. Gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren. Ich hab die Schnauze echt voll. Ich nehme mich aber da mitten ins Boot. Ich will zu allem an meinem und das ist das Allerwichtigste. Wir gehen in die Zweikämpfe. Wir agieren nur, wir reagieren nur, wir agieren nicht. Wir haben ein Tor für Freien und Weg. Wie gesagt, es ist unsere Schuld, die Mannschaft, nicht irgendwer, nicht die Fehler irgendwo anders suchen. Wir, wir Spieler sind schuld. Keine andere. Wir Spieler müssen uns in die Pflicht nehmen. Keine andere. Selbst müssen die eigene Nase packen. Jede Einzelne. Ja? Und nur so kommt man voran. Wie gesagt, ich würde mir schon noch mehr Reibung wünschen. Es ist noch ein paar Mal in den Trainingsseiten auch mal gekracht. Es hat auch mal gekracht. Das gehört dazu. Aber wie gesagt, wir müssen uns einfach auch mal die Meinung sagen. Unangenehm sein. Und mein Gott, wenn das halt mein Freund ist, ich muss ihn auch mal anschnauzen. Und das gehört einfach dazu. Und danach wieder wir freuen. Okay? So, Didi, jetzt möchte ich hier auch gerne mal anschnauzen. Nein, das lass ich. Aber direkt mal dein Statement zu dem, was wir gerade gehört haben. Wir steigen sofort ein. Schalke 04. Desaströs, bodenlos in der ersten Halbzeit vor allem. In Magdeburg 0 zu 3 verloren. Und das trotz dessen, dass man mit dem Rücken zur Wand steht im Abstiegskampf. Und dann so eine Aussage. Paul Seguin haben wir da gehört. Das sind natürlich irgendwo auch Durchhalteparolen. Klingt so ein bisschen resignativ fast schon. Wenig Substanz. Aber der Tenor ist, wir bauen Bockmist. Und das nicht das erste Mal. Ja gut, das haben wir ja gesehen. Das sehen wir auch an der Tabelle. Jedes Mal auswärts spielen wir eine Katastrophe. Wir sind nicht geordnet. Wir machen dumme Fehler. Wir stehen in der Defensive zu weit weg vom Mann oder lassen uns dupieren. Lassen uns ausspielen wie Brunner zum Beispiel beim dritten Tor. Ganz schlimm. Ja, trotzdem muss ich dazu sagen, ich finde das ein Unding, was Seguin da von sich gegeben hat. Für mich ist das, wie sich ein Spieler nach dem Spiel da hinstellen kann. Ich habe die Schnauze voll, ich mache das. Und dann noch sagt, ich nehme mich da nicht raus. Ja, da sollte er sich wirklich nicht rausnehmen, weil er sollte mal gucken, was er für eine Leistung bringt. Schon im Spiel gegen Wien-Wiesbaden, wo er sich ständig festgelaufen hat, ständig zu spät den Ball abgespielt hat oder den Ball unnötigerweise verloren hat. Wenn er solche Sachen sagt, dann möchte ich das auch sehen, dass er auf dem Platz vorne weg geht. Und das habe ich noch nicht einmal gesehen, bin ich ganz ehrlich. Er spielt seinen Part runter, fällt nicht besonders auf und wenn einer meint, er muss kritisieren, dann sollte er zuerst mal bei sich anfangen und nicht sagen, ja, ich sitze da mit im Boot oder es knallt mal beim Training oder ich muss meinem Mitspieler auch mal die Meinung sagen, auch wenn es mein Freund ist. Meine Güte, wir sind im Profifußball. Das gehört einfach dazu. Das verlange ich. Und genauso über Einstellung brauchen wir doch, oder Kampf brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. Ein Fußballprofi, das sind die Grundvoraussetzungen, die ein Fußballprofi haben muss. Und deswegen habe ich wenig verständlich für so ein Interview. Ist auch für mich, auch wenn man sagt, man nimmt sich mit ins Boot, so ein bisschen Ablenken von sich selber und so ein bisschen populistisch auch sich da hinzustellen und solche Sachen hier zu sagen. Unmöglich für mich. So, direkt mal Klartext, bevor es überhaupt so richtig losgeht, weil normalerweise startet man einen Podcast immer mit der Begrüßung und auch mit der Vorstellungsrunde. Begrüßen darf ich euch. Vielen Dank fürs mit dabei sein, auch heute wieder zur sechsten Folge des Premium Talks. Und begrüßen muss ich den Mann, der jetzt gerade gesprochen hat und ich meine nicht Paul Seguin. Nicht mehr, Didi Schacht. Ich habe dir letztes Mal schon gesagt, du kannst eigentlich auch die Begrüßungsworte an die Leute richten. Das ist ja unser Podcast-Format sozusagen. Zumindest so von der Namensgebung her sind wir da mit drin. Aber über allem steht natürlich Premium Talk. So heißt das Format und da bin ich mehr als dankbar und sehr froh, genauso wie du, Didi, dass wir den Gründer, Geschäftsführer, Inhaber, alles in einer Person jetzt hier mit an Bord haben, der uns diese tollen Räumlichkeiten immer zur Verfügung stellt und der praktisch mit seiner Firma dieses Format erst auf den Weg gebracht hat. Klaus Theenbrock. Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Ja, klasse. Jedes Mal wieder richtig schön. Das ist, man sieht es ja nur in einem Teil, auch nur wenn man übrigens bei YouTube zuschaut. Da gibt es uns ja auch. Also wenn ihr jetzt gerade Spotify oder über Apple iTunes das Ganze mitbekommt, dann wird es jetzt schwierig. Müsst ihr euch mal ganz kurz einen Moment ausklinken. Wobei ich mache das mal radiomäßig. Ich versuche mal zu beschreiben, wo wir hier sind. Wir sind hier in einem, du hilfst mir bitte gerne auch Klaus, in einem neuen Gebäude der Premium GmbH, die es schon viele, viele Jahre gibt, Jahrzehnte gibt. Wie lang genau? Wir laufen gerade ins 30. Jahr. Ins 30. Jahr. Drei Jahrzehnte. So. Vor 30 Jahren war übrigens der Schalker Fußball noch in Ordnung, glaube ich. Vor 30 Jahren war die Welt noch in Ordnung. Ja, das stimmt. Seid ihr gerade aufgestiegen mit dir als Kapitän. Ja, ein paar Jahre noch ein bisschen länger her, also 33 Jahre mittlerweile. Aber da war der FC Schalke 04 wieder so langsam auf dem Weg, international auch zu spielen und dann hat es ja auch 1997 geklappt. Ja, genau. Mit dem Titel. Also es waren andere Zeiten, aber bessere. So. Und damals gründete sich die Premium GmbH und damals aber auch noch in einem anderen Gebäude. Jetzt sind wir hier. Das ist ein ganz neues Gebäude, dreigeschössig und hier ganz oben drin ist ein Podcast-Studio, ein TV-Studio, eine Event-Küche, alles Mögliche. Warum, wieso, weshalb? Warum, wieso, weshalb? Ja, das ist eine gute Frage. Unsere Idee ist, dass wir unseren Mandanten ein bisschen mehr bieten möchten als nur unsere Beratungsleistungen, sondern wir verknüpfen das auch immer ein bisschen mit Event, also dass wir sagen, komm zu uns, wir machen besondere Veranstaltungen und wir geben dir die Möglichkeit, Leute kennenzulernen, die du im normalen Leben nicht kennenlernen könntest, unter anderem Didi Schacht. Das haben wir auch bei unserer Loge oder in unserer Loge auf Schalke. Die Leute kommen vorbei, der Didi ist immer bei uns in der Loge, moderiert das, macht die Kabinenansprache, dann werden die Türen geschlossen und dann zeigt er und sagt er, wie Schalke spielen müsste, damit es zum Erfolg kommt. In der Halbzeit reflektiert er, analysiert nochmal und zum Abschluss, nach Abpfiff kommt dann nochmal ein Resümee von Didi. Das finden unsere Gäste großartig. Wenn Sie das noch aus so einem berufenden Munde dann hören, den man nur aus dem Fernsehen kennt und jetzt hat man mal die Möglichkeit, ihn persönlich kennenzulernen. Und der Gedanke trägt uns auch hier in dieser sogenannten Showküche, wo wir sagen, hier können wir mit 20, 25 Leuten gleichzeitig kochen. Auch hier holen wir dann prominente Gäste hinzu, aber nicht nur aus der Wirtschaft, aus dem Sport. Dann kommen auch Leute mal, die man aus dem Fernsehen kennt, diese Köche, die man dann auch schon mal gesehen hat und dann hat man die Gelegenheit, hier mal drei, vier Stunden mit denen gemeinsam eine Zwiebel kleinzuschneiden. Einfach in den persönlichen Austausch zu kommen und zu sagen, ich habe heute Abend mit dem Frank Rosin zusammengekocht, wir konnten uns mal ganz gemütlich austauschen. Also, dass so ein bisschen auch das Lockere mitkommt und das ist so unser Ansatz. Was darum hier auf deine Frage zurückkommt, das ist hier so die Idee hinter dieser Showküche, aber letztendlich auch spiegelbildlich die Loge, wo wir eben so ein bisschen auch Event bieten möchten. So, spätestens jetzt, wenn ihr uns nur hört, mal ganz kurz auch die Folge bei YouTube anschalten, dann seht ihr, worüber wir gesprochen haben, zumindest mal so einen Auszug. Vielleicht können wir noch mal irgendwann mit der Kamera rumlaufen und so einen kleinen Schaul auch einspielen. Natürlich geht es um Fußball, deswegen sind wir direkt mal mit Fußball eingestartet, aber ich finde es mehr als beachtlich, was der Klaus da auf die Beine gestellt hat und deswegen sollten wir da zwei, drei Sätze vielleicht auch zu verlieren heute, jetzt, wo wir ihn schon mal da haben, Didi. Also, über die Location haben wir gesprochen, über deine Untriebigkeit, hier tolle Formate ins Leben zu rufen, in der Arena auf Schalke hast du eine Loge, das haben wir jetzt auch schon rausgehört, bist also Schalke 04 Partner sozusagen, hast aber auch viel Fußball-Sachverstand, das qualifiziert dich ja hier für die Runde jetzt heute. Was ist denn dein Herzensverein? Ausschließlich Schalke? Das mit dem Fußball-Sachverstand, da wusste ich, das dauert nicht lange, bis der Kommentar von der rechten Seite zu meiner rechten Seite kommt. Da spricht er mir zu Recht ab, ich war ja maximal Hobby-Fußballer, also das Maximale, was ich erreicht habe, war Landesliga, also wirklich tiefste Amateurklasse und ich höre immer ganz gebannt zu, wenn Didi spricht, natürlich versuche ich so ein bisschen zu sticheln und sage, er nennt mich Hobby-Fußballer zu Recht und weist mich dann auch immer in meine Schranken, wenn ich mal eine Idee hätte für Schalke, vielleicht hätte auch spielen können, aber ich bin fußballbegeistert. Ich bin Fan durch und durch, du hast es angesprochen, ich habe nicht nur ein Schalke-Herz, sondern auch eins und jetzt müsste man vielleicht einen Piepton drüberlegen für alle die, die aus der Schalke-Ecke kommen, es ist tatsächlich Bayern München und ich komme dann immer in diese Rechtfertigungsphase, dass ich sage, ich kann mich an keinen aktiven Moment erinnern, an dem ich sage, ach da bin ich Bayern-Fan geworden, der Gerd Müller oder der Franz Beckenbauer, andere können das erzählen, ich kann es nicht. Ich kann nur berichten, es lief samstags, Daktteri mit dem schielenden Löwen, danach durfte ich in die Badewanne und dann durfte ich mit meinem Vater die Sportschau schauen und mein Vater war Bayern-Fan und ich glaube, dass das daherkommt. Seitdem bin ich aber Bayern-Fan und dann kam ich über einen Kollegen von den Didi, über den Ingo Anderbrügge mal irgendwann mit Schalke in Kontakt, der Ingo ist auch Mandant von uns, ich darf das benennen, er ist Referenzgeber und dann kam immer mal, du Klaus, was ist mit einer Loge, hier gibt es die Möglichkeit, so bin ich dann zur Loge gekommen. Mittlerweile im zweiten Jahr, für das dritte Jahr haben wir schon verlängert und wir werden das noch viel, viel länger machen, weil die Stimmung auf Schalke ist sensationell. Da kann sich auch Bayern München deutlich hinten anstellen, der Verein wird gelebt, der wird geliebt und die Leute stehen zu 100% dahinter und wenn du dann alle 14 Tage in der Loge stehst und von rechts, von links kommt, Schalke 0-4 und die stehen dahinter, dann nimmt dich das mit und ich sage immer scherzweise, ich bin bei 0,25% angefangen, Schalke-Sympathisant zu sein, mittlerweile bin ich bei 40, 50, 60%. Wenn ich da jetzt noch ein Jahr weiter rumspringe, dann kann sein, dass ich so ein halbes rotes und blaues Shirt schon anhabe, aber Schalke ist einfach, die nennen sich selbst ein geiler Verein und das ist es, das kriegst du aber erst mit, wenn du da bist. Auch so ein Didi, der lebt und liebt diesen Verein mit so viel Überzeugung, das du gar nicht anders kannst, als mit zu sympathisieren und das ist beeindruckend. Und das ist bei Bayern nicht so, wenn es zur Halbzeit 0-0 steht, pfeifen die ersten schon. Und ich kann mich an ein Spiel erinnern, vor drei Jahren, als der Aufstieg geschafft wurde von der zweiten in die erste, da ging es zu Hause gegen Bremen und nach relativ kurzer Zeit stand es 0-4. Da machten die Schalker zwar noch das 1-4, aber alle hüpften, alle sangen, alle, wir sind Schalker. Und es ging ja um viel, man wollte wieder hoch und das ist einfach beeindruckend. Und ja, das nimmt einen mit, von daher kann ich durchaus sagen, dass ich schon ein Stück weit großer Schalke-Fan geworden bin. Wahnsinn! Also da lausche ich immer so richtig gerne hin, weil das so schöne Anekdoten sind, praktisch vom Kinderzimmer bis ins Hier und Jetzt, eine schöne Entwicklung, auch was so die Fußball-Sympathien angeht. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, wenn man da auch mal auf zwei Vereine guckt. Ex-Fußballer machen das ständig. Die haben mal hier gespielt, die haben mal da gespielt. Den hatten wir nicht schon alles hier. Ulrich sagt ja auch, ich habe ein Schalker-Herz, ich habe ein Bremer-Herz. Also, dass man mal irgendwie zwei Vereine im Fokus hat, ist, glaube ich, heutzutage völlig okay. Wobei einer, ja, mit dem hat es halt angefangen und der ist dann vielleicht immer noch mal so ein bisschen näher. So, wir sprechen aber auch über die Bayern, wir sprechen natürlich über Schalke. Das sollten wir direkt auch machen. Wir haben ja schon mit Paul Seguin angefangen. Dann gab es Didis Stellungnahme auch zu dieser Schalker-Klatsche, kann man schon auch sagen, in Magdeburg. Bevor wir aber das Thema Premium mal ganz kurz loslassen, oder was heißt mal ganz kurz? Bevor wir es loslassen, noch mal ganz kurz platziert. Was macht denn Premium außer tolle Koch-Formate und Fußball-Formate? Ja, das was wir machen, was unsere Herzensangelegenheit ist, was wir auch mit großer Überzeugung und Leidenschaft beraten in Deutschland, sind sogenannte Mitarbeiterbindungskonzepte. Also, wir halten, wir helfen Unternehmen, ihre Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. Also, dass Mitarbeiter, die bei diesem Unternehmen arbeiten, sagen, Paul, das macht Spaß hier zu arbeiten, weil meine Firma macht unglaublich viel für mich. Über den Lohn, den ich bekomme hinaus, mache ich eine Rentenkarriere, eine Gesundheitskarriere, eine Mobilitätskarriere. Übersetzt heißt das, meine Firma schenkt mir alle fünf Jahre ein E-Bike. Ich habe Privatpatienten-Status, ich habe Ein-Bett, Zwei-Bett, Chefarztbehandlung. Ich bekomme eine Betriebsrente geschenkt. Und wo wir jetzt gerade beim Begriff Betriebsrente sind, mag es vielleicht verwundern, wir reden nicht über Versicherung. Denn wir beraten den versicherungsfreien Durchführungsweg im Betriebsrentengesetz über 180 Jahre alt, geht auf Bismarcks Zeiten zurück, der auch als einziger Durchführungsweg den Namen Betriebsrente verdient, denn die Rente kommt vom Betrieb und nicht von einem Versicherer. Und das beraten wir und Mitarbeiter freuen sich über zu 100% Arbeitgeber finanzierte Vorteile und jetzt kommt das, was keiner uns glauben kann. Auch deswegen haben wir so ein Gebäude, auch deswegen haben wir eine Showküche, deswegen haben wir eine Loge auf Schalke. Weil die Leute sagen, das kann doch nicht, weil wir behaupten, in der Sekunde, wo du deinen Mitarbeitern mehr zahlst als heute, also zusätzlich obendrauf was zahlst, in der Sekunde, wo du das tust, erhöhst du Gewinn und Liquidität. Und dann sagt natürlich jeder, Moment Klaus, das ist doch genau andersherum. Wenn ich meinen Mitarbeiter mehr zahle, also wenn ich mehr Lohn habe, habe ich doch weniger auf meinem Geschäftskonto und ich habe weniger Gewinn, weil ich meine Kosten erhöht habe. Das ist der erste Blick, dann sagen wir, nee, geh mal mit uns diesen Weg. Mittlerweile über 70.000 Mitarbeiter beraten. Wir sind auch der Berater von Steuerkanzleien, wir sind prämiert mit dem niedersächsischen Wirtschaftspreis, sodass unser Gegenüber sagt, vielleicht stimmt es doch, wieso sind die prämiert mit dem Wirtschaftspreis in dieser Kategorie. Warum haben die eine Loge auf Schalke? Warum haben die eine schöne Showküche? Warum können die sowas machen? Bekommen die doch wohl Honorar von ihren Mandanten. Also es gibt wohl welche, die das da schon machen und sehen, dass das funktioniert. Aber das ist das größte Hemmnis bei uns. Oft hören wir, das hört sich ja viel zu gut an, um wahr zu sein. Hand aufs Herz, Klaus, wo ist der Haken bei dieser Sache? Aber das ist das, was wir tun. Kurzformel. Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität bei gleichzeitiger Erhöhung von Gewinn und Liquidität. Stark. Stark zusammengefasst und mit dem Haken direkt mal der Transfer zum eigentlich angedachten Gast für die Folge. Ich bin letztens an einem Angelgeschäft vorbeigefahren. Da war draußen so ein Plakat, Angelset mit allem drum und dran, 9,99 Euro. Und wenn ich da rein habe, ich habe gedacht, 9,99 Euro für das komplette Angelset. Wo ist denn da der Haken? Er hat gesagt, ja, gibt keinen. Und so einen flachen Witz habe ich eigentlich zum Einstieg erwartet von Markus Krebs, der allerdings spontan absagen musste aufgrund von starker Grippe. Also beste Genesung an dieser Stelle. Da sei ihm ein bisschen Wettruhe gegönnt und er kommt vielleicht dann in den nächsten Wochen mal zu uns. Allerdings jetzt nicht alsbald, denn die nächsten 2, 3, 4 Wochen sind mit hochkarätigen Gästen schon versehen. Ich darf schon ein bisschen teasern, ne? Matze Knob, Rainer Kaimund und so weiter. Also da gibt es noch einige, die praktisch in den nächsten Wochen auf uns warten. Aber heute erstmal die erlesene Runde mit Didi und Klaus. Klaus, der Schalke-Kommentar von Didi war schon da. Jetzt bitte noch deiner. 0 zu 3 mal wieder untergegangen. Zum Glück ja auswärts. Du musstest es mit den Freunden und Geschäftspartnern in der Lose nicht ertragen. Ja. Ja, das ist ja das, was wir so insgesamt so ein bisschen zu beklagen haben, wenn wir nur jetzt aus Premium-Sicht und unsere Gäste betrachten. Natürlich ist es viel, viel schöner, gemeinsam einen Erfolg zu feiern. Gemeinsam dann zusammenzustehen und nach nicht so erfolgreichem Heimspiel merkst du natürlich, die Stimmung ist gedrückt. Der Didi findet nochmal die Zusammenfassung des Spiels und alle stehen da rum und sagen, hm, das Stadion ist relativ schnell leer. Und alle fahren eben jetzt auch nicht so ein schönes Gefühl zurück, weil wir doch alle so sehr Schalke den direkten Wiederaufstieg gönnen. Und ich glaube, da fängt das schon an. Als Schalke abgestiegen ist, haben alle nur davon geredet, der direkte Wiederaufstieg kommt. Aber es gab nur einen Aderlass an Spielern. Und wer da weggegangen ist, der Bülter, dann der Salah sah, dass waren die, die noch auch Offensiv-Akzente gesetzt haben. Und da ist nicht viel Neues gekommen. Und dann dachte man, mit diesem Kader würde man den direkten Wiederaufstieg schaffen in der zweiten Liga, von der man ja eigentlich weiß, dass sie durchaus stark und prominent besetzt ist. Und so hat man eine Zeit lang echt gebraucht, um zu erkennen, wir spielen eigentlich gegen den Abstieg. Und jetzt bin ich ganz bei dir, der sagt, da wird mal so in die Kamera reingesprochen. Man lenkt eigentlich so von sich ab und da werden so diese Phrasen rausgehauen, die du raushaust, wenn du in so einer Situation bist, wie wir sie gerade vorfinden. Und ich habe mal vor kurzem noch gelesen, da stand, die Aufstellung ist gar nicht so entscheidend, sondern die Einstellung. Und wenn es schon spielerisch nicht so gut klappt und man ist da so ein bisschen auch vielleicht über den Kader limitiert, aber kämpfen kann jeder. Das sind die Grundvoraussetzungen, die die anführt. Jeder Profi, ich kann festhalten, ich kann kämpfen, ich kann nah am Mann sein, ich kann vernünftig Räume zustellen, muss aber wach sein und muss konzentriert sein und muss wollen. Und die erste Halbzeit war nicht dazu geeignet, das zu erkennen. Und das ist schon, man hat immer den Eindruck, der Abstieg, also die Abstiegssorgen, die da sind, berechtigterweise, die sind noch nicht im Kopf eines jeden angekommen. Da muss viel mehr Gegenwehr da sein, viel mehr Griffigkeit muss da sein. Und das hat Schalke in der ersten Halbzeit komplett vermissen lassen. In der zweiten Halbzeit ist Gott sei Dank kein Tor mehr hinzukommen, aber insgesamt eine desolate Leistung. Und jetzt kommt St. Pauli am Freitag. St. Pauli, ich glaube, die beste, spielstärkste Mannschaft, so sehe ich die in der zweiten Liga. Weiß gar nicht, da muss Dini was zu sagen, da hat er viel mehr Einblick und Ahnung davon, ob da überhaupt eine Chance besteht, in der jetzigen Verfassung da erfolgreich. Und da würde ich schon fast einen Punkt gewinnen. Aber ich will nicht deine Frage stellen. Ne, also da kommen wir gleich noch drauf aufs Spiel gegen St. Pauli. Übrigens, wenn wir die Tabelle haben, Schalke aktuell auf der 14, 26 Zähler. Sagt Pauli auf der 1, 48 Punkte. Also fast doppelt so viel. Und das nach nur 23 Spieltagen. Und das ist schon alarmierend. Schalke spielt gegen den Abstieg. Und wenn wir solche Aussagen hören, dann kann das mal passieren in einer schlechten Phase, die ein Team mal hat im Laufe einer Saison. Man spricht ja immer davon, jedes Team hat mal eine schlechte Phase. Da muss man halt gucken, dass die nicht so wirklich lang ist und nicht so verheerend. So. Aber Schalke hat jetzt irgendwie gefühlt seit 23 Spielen eine schlechte Phase, seit Spiel 1 an. Und diese Durchhalteparolen oder diese Aussagen am Mikrofon wiederholen sich von Woche zu Woche. Das ist das, was ich einfach nur Wahnsinn finde. Ich komme nicht aus dem Fußball, aber ich habe auch schon mal Leistungssport betrieben, mal über Jahre. Und es gibt immer so ein paar, wie du gerade schon sagtest, grundtugenden Skills, die kann man immer abrufen. Auch wenn es gerade mal nicht so fluffig läuft, du das Matchglück nicht hast, es nicht für dich läuft, die 50-50-Situationen nicht für dich sind, der Gegner vielleicht auch mal stärker ist, aber so diese, und es ist wirklich keine Phrase, diese Grundtugenden kannst du immer abrufen. Dafür bist du Fußballprofi, dafür ist das dein Job. So. Und das nicht zu tun, das ist ja eigentlich das Verheerende, wo auch bei den Fans, und das mag den Profis ja egal sein, du dir extrem viel Kredit verspielst. Wie kann das sein, dass das nicht in die Köpfe der Spieler geht? Ist das nicht am Ende des Tages auch die Aufgabe des Trainers? Naja, erstmal muss man sagen, ich glaube, dass der Mannschaft von Anfang an zu Kopf gestiegen ist, erstmal gesagt hat, sie steigen auf. Weil das war damals schon eine Aussage, da muss ich ganz ehrlich sagen, die der Thomas Reis da getätigt hat, absolut überflüssig und unnötig. Wir haben ja viele neue Spieler geholt, man hätte damals sagen sollen, pass mal auf, wir haben eine neue Mannschaft, wir wollen oben mitspielen und wenn wir am Ende ganz oben stehen, sagen wir nicht nein. Das wäre schon mal das erste gewesen. Dann hat man die Spiele, die ersten Spiele hat man noch gesagt, die Mannschaft muss sich finden, war nicht ganz so toll, aber wir haben ein paar Punkte geholt. Dann kamen wir so langsam in so einen Knick rein. Und ich glaube, dass das für viele Spieler ein großes Problem ist, der FC Schalke 04. Die Fans, weil auf Schalke wird was erwartet. Da musst du, du brauchst an und für dich nicht viel auf Schalke machen. Du musst wirklich nur, wie wir vorhin gesprochen haben, diese Grundtugenden haben. Und das muss gesehen werden von den Fans. Und dann verzeihen sie dir ganz viel. Noch sind unsere Fans, muss man auch ganz ehrlich sagen, handzahm. Bei jedem Heimspiel werden sie unterstützt ohne Ende. Von der ersten bis zur letzten Minute. Auswärts fahren 5.000 bis 10.000 Leute hin, dass sie dann auch mal sauer sind und den Support eingestellt haben ab der 46 Minute. Vollkommen normal, was die auf sich nehmen. All das. Ich sehe aber, und das glaube ich, ist das allergrößte Problem. Es werden uns im Sommer wieder einige Spieler verlassen. Und dann ist denen scheißegal, was mit Schalke 04 ist. Hinter mir die Sintflut. Und das Hauptproblem, ich glaube, dass die Spieler bis zum heutigen Tag, und da sind für mich, da ist der Trainer verantwortlich, da gehört Marc Wilmot zu, da gehört Düsken zu, da gehört Asamoah zu, die den FC Schalke 04 kennen, dass sie ihnen klar machen, dass sie um die Existenz des Vereins spielen. Weil ein Abstieg wäre fatal für uns. Wäre fatal. Auch eine Drittliga-Lizenz muss man erstmal bekommen. Und die Spieler selber, ich glaube, sie wissen gar nicht, was da dranhängt. Ich habe schon in der einen oder anderen Sendung gesagt, es geht nicht nur um sie selber. Sie selber, sie haben eine Existenz. Die haben keine Existenzängste. Die verdienen genug, werden auch wieder einen neuen Verein finden. Aber der gesamte Verein FC Schalke 04 kann dadurch kaputt gehen. Durch diese Leistungen, die diese Spieler bringen. Und da möchte ich endlich mal was sehen. Und das müssen die vier, die ich gerade genannt habe, den Spielern einbläuen. Egal wie. Und dann sieht man vielleicht eine andere Mannschaft. Und wenn sie es dann immer noch nicht verstehen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da kann irgendwas nicht stimmen. Da muss was schief gelaufen sein im Leben. Das Einzige, was Schalke noch über dem Strich hält, sind diese Siege, die es ab und zu mal gibt. Nicht schön, aber immerhin, sie sind da. Diese 1-0s, wie zum Beispiel gegen Braunschweig oder eben auch gegen Wiesbaden, stark erkämpft. Aber reicht das am Ende, um über dem Strich zu bleiben? Weil die Konkurrenz einfach zu schwach ist. Bei Lautern zum Beispiel habe ich mir gedacht, die kommen da mal so richtig mit Wucht. Auch weil sie jetzt Friedhelm Funkel als Trainer haben. Der ja genau weiß, wie das Geschäft funktioniert. Die haben jetzt aber auch eine Klatsche bekommen mit 0-4. Braunschweig holt immer mal wieder Punkte. Aber trotzdem, kann es noch richtig gefährlich werden für Schalke? Oder heißt es am Ende, ja gut, wir mogeln uns irgendwie mit 33, 34 Punkte durch, weil die Konkurrenz zu schwach ist? Also erstmal muss ich sagen, die Spiele gewinnen für mich nicht die Spieler. Die Heimspiele gewinnen unsere Fans, weil sie die Mannschaft nach vorne peitschen. Immer wieder unterstützen. Wenn der Matriciani eine Grätsche macht, steht da ganz schön stark in den Kopf. Wir haben in der letzten Woche zu Hause, der Matta eine Grätsche. Die Leute sind ausgerastet. So leiden sie mit da, dass sie solche Szenen schon feiern ohne Ende. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wir können noch in eine gefährliche Situation reinkommen. Aber wir haben auch so ein bisschen das Glück, dass die Mannschaften, die zu uns kommen, die sagen immer alle, boah, Schalke, was haben wir da zu verlieren? Wir können da spielen, 60.000, was gäbe Geileres als dort zu gewinnen und aufzulaufen. Aber wenn diese 60.000 da sind, dann geht denen schon ein bisschen, ich sag das mal, der Arsch auf Grund da ist. Die kriegen schon ein bisschen Panik und sind nervös. Ich kann mich noch an meine Zeit erinnern, wenn unsere Gegner mit uns zusammen die Rolltreppe runtergefahren sind, ins Parkstadion und dann bist du runtergekommen und hast dann die Wand da gesehen. Glaub mal, da standen welche neben mir, da lief der Schweiß so runter schon. Die waren sowas von zappelig. Und genauso ist das, wenn sie bei uns in die Felddienstarena kommen. Und das ist das große Faustwand, was wir noch haben. Und da sollte die Mannschaft auch dran denken, dass sie sich diesen großen Faustwand nicht noch selbst wegnehmen. Und nur wenn das Zusammenspiel klappt, haben wir eine Chance, uns weiter zu stabilisieren. Noch sind wir vier Punkte weg von der Relegation im Moment. Ist noch ein kleines Plus, aber jetzt kommt der, wie du schon sagtest, Klaus, Du hast schon Sachverstand, so ist das nicht. Das will ich hier nochmal erwähnen. Das sagst du vor der Kamera. Ich freue mich schon, wenn du den einen oder anderen Satz zu mir sagst. Ich denke, den kannst du irgendwie verarbeiten. Machen wir schon. Ja, du ziehst das gerade, was ich sage. Das war ein Hobbyfußballer, das ist nochmal so. Aber jetzt treffen wir auf eine Mannschaft, FC St. Pauli, absolutes Top-Team. Aber auch Top-Teams sind verbundbar. Ja, ja, ja. Und das kann die Mannschaft aber dann nur zeigen, wenn sie wirklich den Gegner versucht, von der ersten Minute an den Schneid abzukaufen. Weil das ist das Hauptziel, oder muss das Hauptziel unserer Mannschaft sein am Wochenende. Dem FC St. Pauli die Lust am Fußball zu nehmen. Den Gegner auf dein Niveau runterziehen sozusagen, runter spielen. Richtig, nur so geht's. So funktionieren ja auch die Partien im Pokal. Was ist deine Prognose? Nächstes Jahr immer noch Loge zweite Liga oder schon dritte? Jetzt mal wirklich objektiv. Also ist es wirklich so, dass man da hier und da schon Angst verspürt, dass das echt schief gehen könnte? Oder sagt man, das reicht immer noch. Diese drei, vier Punkte, die haben wir immer noch gegenüber der Konkurrenz. Ja, ja, mein Herz sagt klar zweite Liga. Oft genug, wenn wir hier im Unternehmen uns super teilen und sagen, was ist, wenn das dritte Liga wird. Also jeder hat so im Hintergrund schon dieses Szenario, dass es nicht ganz unmöglich ist, dass tatsächlich dieser bittere Gang in die dritte, wenn du dann die Lizenz kriegst, vielleicht rutschst du ja noch etwas tiefer, dass das möglich ist. Und das ist wirklich, das wäre ja eine Katastrophe für Schalke. Aber es ist nicht so, dass alle hier bombensicher stehen mit Überzeugung und sagen, das klappt schon. Die große Hoffnung ist, dass die unter Schalke stehen weiterhin so inkonstant und teilweise auch so schlecht weiterspielen. Ja. Dass Schalke es schafft mit drei, vier Siegen vielleicht insbesondere Heimsiege, auswärts glaubt man ja schon fast gar nicht mehr dran, dass da was kommt. Und dieser Faustpfanz, was Lidia sagt, die Fans im Rücken, das muss sich übertragen eigentlich auf die Mannschaft. Die Mannschaft muss das aufnehmen und eigentlich auch so agieren wie die Fans, was sie nicht tun. In diesem Zusammenhang glaube ich auch die Verpflichtung von dem Marc Wilmot, Willi das Kampfschwein. Dass er sagt, diese Mentalität, nochmal, dass der Verein das auch erkannt hat, dass die Spieler mal diese Mentalität übernehmen müssen und sagen, wenn es schon spielerisch nicht klappt. Aber darum wird so Matriciani auch gefeiert, weil der haut sich dazwischen. Und der macht und du merkst, wenn wir da sind und uns das anschauen, jeder Zweikampf, der gewonnen wird, der wird bejubelt. Oder mal erfolgreich dazwischen, dass der Ball ins Aus abgefälscht wird. Das ist schon ein Erfolgserlebnis teilweise. Das wird gefeiert. Weil nach vorne so wenig geht, werden diese Grundtugenden schon gefeiert. Was ich großartig finde auf Schalke. Bei vielen anderen Vereinen wird das als Selbstverständlichkeit erwartet nicht bejubelt. Auf Schalke ist das. Und dass das die Mannschaft nicht mitnimmt, bringt. Und wie Didi sagt, ich glaube, dass viele die Stutzen nass haben, wenn die ins Stadion reinlaufen. Als Zweitligamannschaft. Du spielst sonst vor 7.000, 8.000 Zuschauern und da kommst du in so ein Tempel. 60.000 und die machen ja auch noch Lärm. Die machen ja Alarm. Also, dass da denen das Herz in die Hose rutscht und dass das die Chance ist. Klar, aber das ist in der Vergangenheit zu wenig noch umgesetzt worden. Kleistetrainer auch immer mit in der Verantwortung. Er hat für die Einstellung zu sorgen. Jeder Profi auch. Ich muss die Grundeinstellung haben, alles geben zu wollen. Aber, ja, da sind wir wieder, weiß ich nicht, bei der Sprache des Trainers. Motivieren tue ich, indem ich Leute erreiche. Indem die verstehen, was ich sage. Wenn ich das über einen Dolmetscher vielleicht transportieren muss, weiß ich nicht. Vielleicht ist es eher schwieriger. Ist eher schwieriger. Wir hatten das letzte Woche auch kurz das Thema Otto Rehagel, als er damals mit Griechenland die Europameisterschaft sensationell gewonnen hat. Hat ihn ja auch keiner verstanden. Hat er auch seinen Dolmetscher dabei. Der allerdings hat das genauso emotional auch umgesetzt. Es nützt ja nichts, nur das Wort zu übersetzen. Du musst ja auch Körpersprache, das Herz, was im Wort liegt, musst du ja auch mit transferieren. Und da brauchst du wirklich einen sehr guten Dolmetscher, der schon mehr als nur sprachgewandt ist. Weiß ich jetzt nicht, ob das bei Schalke der Fall ist, aber das als so prominentes Beispiel. Aber wahrscheinlich im Zweifel geht es eher öfter mal schief, als dass es funktioniert. Wir gucken aufs Wochenende. Also Schalke gegen Pauli. Da ist natürlich die Riesenchance, gegen den Tabellenführer mal so ein Achtungszeichen auch im Abstiegskampf zu setzen, wenn es denn funktioniert. Auf der anderen Seite, wenn das Ding verloren geht. Die Konkurrenz guckt hin, die spielt nur einen Tag später. Und da gibt es ein ganz interessantes Duell. Rostock gegen Lautern. Die stehen beide hinter Schalke. Und die werden beide nicht mit null Punkten rausgehen. Und jetzt vielleicht lautern der Sieger am Ende des Duells. Mit Friedhelm Funkel als erfahrenen Trainer. Dann rutschen die da ganz nah dran an Schalke. Braunschweig immer auch für Punkte gut. Die spielen in Nürnberg. Boah, also das wird noch ein langer, langer Weg für Schalke. Aber wir haben es rausgehört. Tendenz ist dann schon eher, wir bleiben drin in der zweiten Liga. Und genau so sollte man es ja auch denken und hoffen und fühlen. Und deine Ansprachen, die wird es auch wieder geben. Auch am Freitag. Weil ich weiß, du bist auch bei den Kollegen von Sky als Experte bei Schalke Pauli unten am Spielfeldrand. Wie machst du das? Hast du einen Doppelgänger? Oder hüpfst du dann zwischen Loge und Spielfeldrand hin und her? Erstmal, es gibt nur einen, die die schafft. Das ist doch mal Fakt. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Genau so wie ein Rudi Pöller. Nein, vor dem Spiel bin ich dann ganz normal in der Loge. In der Halbzeit gehe ich runter. Sky wird auch in der Loge übertragen. Ja. Da wird das diesmal via Bildschirm übertragen, meine Halbzeitansprache oder mein Resümee der ersten Halbzeit. Und dann nach dem Spiel bin ich wieder ganz normal in der Loge und mache dann die Verabschiedung bzw. nochmal das Fazit des Spiels. Und ich hoffe natürlich, dass ich positive und gute Worte für unsere Gäste in der Premium-Loge haben werde. Ja. Ja, 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 ja. Ja, und ganz interessant. Du stehst da unten am Spielfeldrand bei Sky am Mikrofon von Kollege Thomas Wagner. Und der war ja der Gast in der letzten Premium-Talk-Folge. Wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, das war auch sehr kurzweilig. Also, zwei starke Experten beim Spiel. Das ist vielleicht ein gutes Oben für Schalke. Wir gehen in der Tabelle mal so ein bisschen hoch. Der Hamburger SV auf Platz 3 mit Trainer Steffen Baumgart. Das wäre auch einer, glaube ich, für den die Spieler auch auf Schalke zumindest in den ersten Monaten durchs Feuer gehen würden. Der erreicht die Mannschaft zumindest auf emotionaler Ebene. Wird taktisch auch so ein bisschen was drauf haben. Haben wir in der Vergangenheit ja auch gesehen in Paderborn und Köln. Aber der kann die auf jeden Fall emotionalisieren. Das fehlt vielleicht Schalke hier und da. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht zu sehr über den Trainer schimpfen. Ist ein anderes Thema. Können wir vielleicht nochmal an anderer Stelle nochmal ein bisschen intensiver angehen. Aber jetzt mal kurz der Blick auf Hamburg. Jetzt mit Baumgart Aufsteiger? Am Wochenende gewonnen 1-0 gegen Elversberg. Ja gut, gegen Elversberg muss man erstmal gewinnen. Elversberg ist für mich die absolute Überraschung in dieser Liga. Die Woche für Woche gute Leistungen bringen. Haben sich schneller an die zweite Liga gewöhnt. Oststeffen leistet hervorragende Arbeit dort. Ich glaube, dass für den HSV Baumgart kurzzeitig ein Glücksfall ist. Ganz klar. Er wird die Spieler bei der Ära packen. Er wird sie motivieren. Er ist ein absoluter Motivator. In Köln habe ich ja schon gesagt, war seine Zeit vorbei. Jetzt ist er für den HSV frei. Er hat ja auch alles dafür getan. So fand ich im Umfeld, im Vorfeld, dass er auch zum HSV kommt. Er hat ja gesagt, mein Lieblingsverein, das, das. Und dann haben die Verantwortlichen natürlich auch Kontakt mit ihm aufgenommen. Ich glaube schon, dass es dem HSV einen großen Schub gibt. Allerdings sollte man Kiel und St. Pauli nicht unterschätzen. Ich sag mal, Platz 3 wäre für den HSV. Stand heute, ein großer Erfolg. Weil Fortuna hat am Wochenende gewonnen. Glück gehabt, dass Hannover 96 verloren hat. Sonst wären die auch dran. Und Kräuter Fürth hat auch gewonnen wieder. Also das wird ein hartes Brot, hartes Rennen. Ich glaube aber, am Ende wird der HSV mindestens auf Platz 3 stehen. Was sie dann daraus machen, lassen wir uns überraschen. Vielleicht müssen sie ja gegen Köln spielen. Das wäre ja ein schönes Spiel für Baumgart. Nee, absolut. Das kann passieren. Gucken wir gleich noch drauf. Die beiden, die vor Hamburg stehen, hast du schon genannt. Kiel und Pauli, die haben am Wochenende gegeneinander gespielt. 3 zu 4 oder andersrum. 4 zu 3. Sieg im Spitzenspiel für Pauli gegen Kiel. Die lagen zur Halbzeit schon 3 zu 0 vorne. Dann 1 zu 3. Dann auf 4 zu 1 weggezogen. Dann 8 Minuten vor Ende der Partie stand zu noch 3 zu 4. Kiel war dran am Ausgleich. Was ein Spitzenspiel. Beste Werbung für die zweite Liga. Hammer. Ja, das war einfach ein geiles Spiel. Guter Fußball. Ja. Gehen hin und her. Und Kiel sowieso, wenn man überlegt, das ist schon die vierte Niederlage, die Kiel in der Rückrunde hat. Und trotzdem stehen sie auf Platz 2. Ja. Weil sie danach immer wieder ein, zwei Spiele gewinnen und die anderen lassen die Gefeder. Ja. Kiel ist nicht zu unterschätzen. Wir werden sehen, wie lange sie das Level noch halten können. Aber es sind ja noch einige Spiele vor der Brust und wir lassen uns überraschen. Ich habe ja letztes Mal schon getippt. Also die beiden Hamburger Vereine gehen durch und Kiel auf der 3. Deine Prognose? Ja, ich sehe Hamburg auf der 3 eher. Und es wird langsam Zeit, dass aus unabsteigbar nicht unaufsteigbar wird. Sind jetzt glaube ich im sechsten Versuch hintereinander. Im sechsten Jahr. Die könnten ja auch diese Uhr wieder anbringen. Die könnten die Uhr wieder anbringen. Die Schuldenuhr läuft ja immer noch in Hamburg. Dann steigen wir endlich wieder auf. Ja. So lange sind wir schon in Liga 2. So lange sind wir schon in Liga 2. Ich glaube aber, auch jetzt mit Baumgart, das ist ein Trainer, der sehr stark über die Emotionen kommt. Kurzfristig, wie die die sagt, wird das sicherlich funktionieren. Und daran mangelt es ja meistens, dass du denen nochmal den Glauben einimpfst und das absolute Wollen das zu schaffen. Mitteln und langfristig verbrauchen sich solche Trainer natürlich schneller, wenn sie so sehr über die emotionale Schiene kommen. Wie Didi sagt, in Köln war nachher immer das Ende im Gelände. Wenn du immer auf den gleichen Knopf drückst, dann tut er irgendwann nicht mehr. Aber ich glaube, dass Hamburg den dritten Platz schafft und dann in der Relegation vielleicht mal durchgeht. Ja, schön wäre das für die Bundesliga. HSV gehört da rein. Schalke gehört sowieso auch da rein. Und St. Pauli wäre natürlich auch wieder ein toller Name für die erste Bundesliga. waren ja oft genug da. Also das wären schon so, wenn es so gehen würde, diese drei Vereine wären mein Wunsch. Aber es wird, glaube ich, Kiel, Hamburg und Pauli. Okay. Deine Reihenfolge? Ja, ich bin damals close. Ich habe ja gesagt, er hat mittlerweile Fußball-Sachvorstands-Seiter mit kennengelernt. Ja, das wollte ich euch sagen. Seiter mich kennt vor allen Dingen. Man lernt ja auch hinzu. Nein, ich denke auch, St. Pauli, glaube ich sowieso, werden durchmarschieren. Kiel, wenn sie weiter so machen, denke ich, dass sie auf Platz zwei und HSV wird dritter. Das schafft Baumgart. Sollte Kiel natürlich nochmal einbrechen, dann glaube ich sogar, dass sie vielleicht zwei schaffen können. Aber das ist die große Unbekannte. HSV ist so unberechenbar, sind auch im Defensivbereich nicht so stark in meinen Augen. Tollte haben auch immer so einen kleinen Patzer drin. Aber für mich als Schalker ist natürlich schwierig immer Prognosen aussehen, wer aufsteigt und Fehler etc. Man sagt ja so schon, wer im Klauso sitzt, ne? Ja, ja, trotzdem. Du bist jetzt hier nicht als Schalker. Du bist jetzt hier als Fußball-Experte. Ja, ich muss jetzt als Experte machen. Und du hast dich festgelegt genommen wie Klaus. Und ich habe aber immer noch, so sage ich dir ganz ehrlich, so ein bisschen als Geheimtipp Fortuna Düsseldorf. Ich halte nie im Leben. Da halte ich komplett dagegen. Da halte ich komplett dagegen. So inkonstant auch. Ja, wir werden sehen. Also bei Düsseldorf gibt es ja auch Phasen. Da gab es ja Riesenspiele, was die schon gespielt haben. Zum Beispiel auch das Spiel gegen Schalke oder gegen Lautern. Jeweils, glaube ich, so ein Spiel, wo es Karten frei Haus gab für jeden. Also diese Aktion hingehen, wenn du eine Karte hast, ohne was zahlen zu können. Das hat den deutschen Fußball in dieser Thematik so ein Stück weit revolutioniert. Und das als Werbeplattform haben sie genutzt. Das Stadion war pickebacke voll. Die haben da tolle Schlachten geschlagen. Riesensieger eingefahren, hatten eine Serie. Und dann denkst du, jetzt läuft es aber mal wieder. Und dann brechen sie wieder weg, wie so ein Morscher Keks. Und die ersten Spiele jetzt hier im Jahr 2024 waren auch nichts. Gut, es ist halt schwierig rund um Düsseldorf. Aber wenn du sagst, die rutschen da noch rein. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht. Ich glaube auch, wie gesagt, Pauli, Hamburg direkt und Kiel auf der 3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Hamburg in die Relegation muss. Aber es ist ja auch gut, wenn wir mal so ein bisschen konträre Meinungen hier sind. Wir hören und gucken uns das Ganze am 34. Spieltag an. Eigentlich müssen wir eine Wette abschließen. Da überlegen wir uns noch was. Wir gehen zusammen essen. Ja, ja. Gut. Und wir beide können richtig gut essen. Man sieht es zwar nicht, aber man sieht es nicht. Ja, da habe ich kein Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Baumgart und der HSV nicht direkt durchgehen. Aber gut. Hamburg gegen wen? Fragezeichen. Und das wäre der Transfer in die 1. Liga. Wir springen ein Fußballhaus höher und fangen da erstmal, wir machen ja heute alles so ein bisschen entgegen dem normalen Modus, fangen da im Keller an. Wir haben letzte Woche noch darüber philosophiert, bleibt es bei diesem Dreikampf um Relegationsrang 16 zwischen Mainz, Köln und Darmstadt oder rutscht da vielleicht noch Gladbach, rutscht da vielleicht noch Augsburg rein? Am Ende haben die natürlich auch den Premium-Tor gehört und haben gesagt, ne, 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 Freunde, wir rutschen in gar nichts rein und haben beide souverän gewonnen. Augsburg 2-1 zu Hause und die Gladbacher mit 4 oder 5-2 gegen Bochum. Überzeugende Siege und jetzt ist der Abstand schon enorm. Also das hatten wir auch so selten in den letzten Jahren, dass eigentlich jetzt schon klar ist, 11 Spieltage vor Schluss, da geht es im Keller nur noch um den Relegationsrang zwischen Köln, Mainz und Darmstadt. Bochum hat als 15. 8 Punkte Vorsprung auf die Kölner, die auf der 16 stehen. Genauso wie Union und Wolfsburg und Gladbach und Augsburg sogar 9 Punkte Vorsprung. Also die sind für mich alle schon raus. Tja, und im Keller der FC jetzt mit dem Unentschieden in Stuttgart, Mainz mit einer knappen Niederlage in Leverkusen und Darmstadt. Ach du liebes Lieschen. Habt ihr das Interview gehört von Thorsten Leverknecht? Ja. Als er da dieses Tor aberkannte, der Schiedsrichter kurz vor Schluss. Gut, aber das sind ja nur noch Regeln. Aber, ja klar. Aber man muss sich vorstellen, Thorsten Leverknecht als Trainer in Darmstadt, der weiß, ich habe es eh brutal schwer. Der Klassenerhalt wäre wie für andere Meisterschaft und Champions League zusammen. Ich bin als erster Absteiger getippt. Und der macht es ja zum Teil nicht schlecht. Darmstadt spielt zum Teil ordentlich in Fußball, kriegen die Ergebnisse aber nicht eingefahren. So. Auch das hatten wir im letzten Podcast schon so ein Stück weit. Und jetzt hast du die Möglichkeit in Bremen Big Point zu sammeln. Die hatten 15 Punkte. Punktgleich mit Mainz wäre nie gewesen. Und dann kriegst du so ein Ding, kurz zur Herleitung, Spieler bekommt den Ball an den Arm. Der Arm war angelegt am Körper und trotzdem wird das Tor dann in Folge dessen nicht gepfiffen, weil es heißt, ja die Regel ist eben so. Und der Lieberknecht, der natürlich auf 180 war, ich kann das total verstehen, finde, hat er sich komplett, also da ziehe ich alle Hüte vor, wie er sich da positioniert hat im Interview, dass er gesagt hat, nicht so ein Schwachsinn oder welcher Idiot hat das hier, sondern er hat gesagt, der die Regel macht jetzt, den würde ich gerne mal kennenlernen, am besten heute noch. Das ist gepflegtes Fluchen. Also Respekt dafür. Ja, ja, sicher. Ja. Hat er gemacht, ja. Wie hättest du denn reagiert? Ja. In seiner Situation. Ja, in seiner Situation hätte ich mich auch wahnsinnig geärgert, weil es stinksauer gewesen. Aber, nochmals, wir in Deutschland sind ja sowieso Menschen, die nach Regeln leben. Diese Regel wurde irgendwann fesselt. Sicherlich über Hand streiten wir uns ja schon seit Jahren. Man sieht es ja auch, wenn Handelfmeter sind, angelegt, ausgestreckt, das, das, das. Und das ist ja der nächste Punkt. Wäre diese gleiche Szene im Strafraum gewesen, wäre kein Elfmeter gepfiffen worden, sagen auch nicht weniger. Ja. Und nur weil es außerhalb des 16 war. Das Problem ist, dass, sei es bei der UEFA, sei es bei der FIFA, da sitzen, ich sag das jetzt mal im charmanten Ruhrgebietsdeutsch, alte Koffer. Die haben nichts anderes zu tun, als sich immer wieder zu überlegen, müssen irgendwas ändern beim Fußball. Sie eng da mit der blauen Karte und dann wollen sie das machen und wollen das machen. Wir haben diese Regeln, diese Regeln werden vor der Saison besprochen. Trotzdem sind sie innerhalb der Saison immer wieder Streitthemen. Aber, sind wir auch mal ganz ehrlich, wenn du den Ball, auch wenn du den Arm angelegt hast und du spielst ja den Ball mit dem Arm vor. Boah. Das wurde schon zu unserer Zeit in der Jugend nicht gegeben, das doch. Wenn wir das so gemacht hätten. Wenn wir uns den mal mit dem Arm, egal wie, vorlegen. Es ist, für Darmstadt tut es mir leid, für Lieberknecht auch. Ich kenne ihn persönlich, ein fleißiger, toller Trainer, der immer wieder… War immer Trainer in Duisburg. War in Duisburg, da hat man ihn nicht so arbeiten lassen, wie er wollte. Da muss er leider gehen. Hätte man ihn behalten, wäre Duisburg vielleicht jetzt nicht da, wo sie sind. Man weiß es alles nicht. Aber in Darmstadt hat er hervorragende Arbeit geleistet. Aber auch das gehört zum Fußball. Es ist immer eine Situation. Ich sage auch immer, du steigst ja auch nicht auf, nur weil du eine tolle Mannschaft hast. Sondern du musst Glück haben, das gehört dazu. Du musst von roten Karten verschont bleiben, von schweren Verletzungen. All das kommt im Fußball immer zu. Und auch Fehlentscheidungen. Auch wenn es mal Fehlentscheidungen gibt. Im Laufe einer Saison gleicht sich das für jede Mannschaft aus. Ganz klar. Und wenn eine Mannschaft zehnmal vorm Pfosten schießt, dann ist das auch irgendwann kein Pech mehr. Sondern auch eine Qualitätssache. Das kannst du den Ball nicht reinschießen. Apropos Qualität. Da mangelt es, glaube ich, bei jedem dieser drei Teams am Tabellenende so ein Stück weit Köln, Mainz und Darmstadt. Wer holt sich am Ende Relegationsrang 16 und darf, so wie Du getippt hast, gegen den HSV ran? Deine Prognose, Klaus? Ich denke, es werden die Mainzer. Erprobt im Abstiegskampf. Die sind jede Saison relativ nah. Immer mit in der Verlosung. Geht es eventuell runter. Und ich glaube, dass die das noch hinbekommen. Köln, da ist auch nach dem Trainerwechsel. Da fehlt es an vielem, wenn man da zuschaut. Und ich glaube, dass Mainz sich durchsetzen wird, weil sie da ein Stück weiter fahren und vielleicht auch sind. Das ist auch meine Prognose. Ich habe die am Freitagabend in Leverkusen gesehen. Haben die ein richtig starkes Spiel gemacht. Der Trainer hat da richtig Energie reingebracht in die Mannschaft. Voller Auswärtsblock. Also die Fans sind da. Die Stadt ist wieder elektrisiert. Glaubt dran, dass man den Klassenerhalt noch schaffen kann. Unter dem Dänen, Bo Henriksen und Köln mit den altbekannten Problemen. Dürfen keine Spieler verpflichten. Haben zum Teil Verletzungspech. Die sind generell etwas limitiert. Der Kader nicht gut zusammengestellt. Formschwach in der Offensive. Da wird es eben eng. Aber immerhin einen Punkt in Stuttgart geholt. Jetzt müssen sie gegen Leverkusen ran. Also, da bleibt es spannend. Aber das wäre auch meine Prognose, dass Mainz auf der 16 landet. Deine auch, hast du schon gesagt. Ja, für mich ist es auch die Trainerverpflichtung. Die war jetzt ganz wichtig. Ich frage mich wirklich, wo sie ihn ausgegraben haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist ja ein emotionsgeladener Trainer, der aber auch Plan hat. Ein Menschenfänger, der die Spieler direkt geschafft hat, in sein Bann zu ziehen. Also, toll. Gegenüber der in Anführungsstrichen, da habe ich jetzt nicht schlafen zu sagen, aber ruhigeren Art von Siebert, der in meiner Augen die Mannschaft gar nicht erreicht hat. Ich habe ja schon mal gesagt, eine Mannschaft spielt immer so, wie der Trainer auch draußen ist. Wenn du draußen einen sitzen hast oder stehen hast, der wo in sich gefallen ist, keine Ausstrahlung hat nichts. Das überträgt sich auf die Mannschaft. Und wenn du aber ihn da draußen siehst, beim Tor oder auch bei Grätschen oder bei Abwehraktionen oder guten Schüssen, wer dann auch mal erlebt, der lebt richtig. Und kommt auch sympathisch rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl ich auch glaub, dass er die Spieler sich schön zur Brust nimmt. Also, das macht er toll und dementsprechend auch mit dem Publikum im Rücken, obwohl Köln hat auch ein tolles Publikum, brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Und Schulz ist für mich auch kein schlechter Trainer, auch ganz klar. Am Ende wird sicherlich, glaube ich, auch Mainz den 16. Tabellenplatz haben. Weil Köln auch, guck dir die riesen Chance an, die Köln hatte jetzt noch zum Abschluss. Auch das gehört dazu. Der Schulz wird auch wahnsinnig da draußen. Genau wie der Lieberknecht jetzt wahnsinnig wurde. Das ist nun mal so. Abschießkampf ist noch mal was ganz anderes. Und ich glaube aber, wie gesagt, trotzdem, dass Mainz das auch schafft. Klaus, welche Position hast du früher gespielt? Vorne. Okay. Und hast dann sicherlich... Ja, weil ich gerade überlegt habe, wie du wohl gegen mich ausgesehen hättest. Ich hätte gar nicht springen müssen. Du bist gar nicht in meiner Nähe gewesen. Ich war zu schnell. Also du hast gerne mal mit deiner Offensivqualität den gegnerischen Torwart zur Verzweiflung getrieben. Und zur Verzweiflung getrieben hat auch der stramme Schuss von Robert Andrich, den guten Robin Zentner im Mainz der Tor. Hast du das Ding gesehen? Leider nein. Ja, das... Ihr habt es vielleicht vor Augen, Didi. Wahnsinn! Da spielst du ein überragendes Spiel beim Tabellenführer, bis drauf und dran den Punkt zu holen. Dann schießt Robert Andrich mit einer guten Technik, aber völlig zentral auf den Kasten. Und das ist so ein 100% Ding. Den musst du fangen oder wegboxen. Und ich glaube, das war sein Problem. Er hat kurz nachgedacht. Wie mache ich es? Boxe ich den? Fange ich den? Und dann hat er sich den selber reingelegt ins Nest. Ganz, ganz bitteres Ei. Boah! Was macht das mit dem Spieler? Wie hättest du das geregelt? Also du warst ja auch lange Zeit Trainer. Was hättest du dann mit dem Jungen gemacht? Den musst du ja wieder aufbauen. Aber das ist nicht so einfach, ne? Er hat ja erstmal bis dahin überragend gehalten. Ja. Er hat alles gehalten, was er auf seinem Tor kam. Er hat wirklich stark gehalten. Danach hat er auch weiter gut gehalten, muss man sagen. Dementsprechend hat er es auch schnell wieder weggestickt. Und der Trainer hat ja auch gesagt, ich bin nach dem Spiel zu ihm hingegangen. Und habe ihm gesagt, pass auf, du hast stark gehalten. Das kann jedem passieren. Ist so. Das Problem ist ja, wenn du im Mittelfeld einen Fehler machst, gibt es noch welche, die ihn wieder gut machen können. Machst du den Abwennfehler, gibt es noch einen Torwart, den den Fehler wieder gut machen kann. Machst du als Torwart einen Fehler, kann den leider keiner wieder gut machen. Deswegen sagt man immer, wenn dich dein Enkel oder sonst was fragt, was soll ich denn spielen, Opa? Oder wenn mein Sohn... Ich sage, geh bloß nicht ins Tor, dann bist du immer der Dumme am Ende. Ist ja nun mal so. Und er wird weiterhin das Vertrauen des Trainers geschenkt bekommen. Auch die Spieler werden ihm kein Vorruf. Man hätte wirklich stark gehalten bis dahin. Und auch das gehört dazu. Auch wieder so eine Szene. Weil wir auf die Ärger von Lieberknecht sprechen oder die Enttäuschtheit. Auch da war der Trainer sicherlich auch enttäuscht. Er sagt, ich habe die Mannschaft so geil eingestellt. Alles war toll, die haben geackert, die Jungs. Und dann kommt so ein Ding. Andersrum muss man aber auch sagen, André, der schießt da einfach. Ja. Der hat den Mut und schießt von da aus. Wie sagt der Trainer? Wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball... Ja. Und da musst du einfach... Aber das ist auch die Stärke im Moment vom Bayer Leverkusen. Dieses Selbstbewusstsein. Und man konnte auch merken in dem Spiel... Ich habe es mir auch angeschaut, das Spiel komplett... Man hat immer gemerkt, das schaffen wir. Wir haben fest daran geglaubt, es kommt zu sehen, wie sie gespielt hat. Immer wieder Aktion in Aktion. Und nachher muss man auch sagen, war der Druck auch zu groß. Sie konnten nachher nicht nur standhalten. Und das war... Wie jetzt... Obwohl er eine mitbekommen hat, hat weiter durchgespielt auch. Muss man auch mal sagen. Vielleicht wäre er auch vor zwei, drei Jahren vom Platz gegangen. Ja, da läuft einiges anders mittlerweile. Das ist schon enorm. Und man hat aber auch gesehen, das muss ich auch sagen... Alonso diesmal war für mich an der Linie nicht so souverän wie sonst. Er ist zum Schiedsrichter sehr häufig zum vierten Offiziellen gerannt. Hat sich beschwert, auch mit dem Schiedsrichter. Er hat auch die gelbe Karte bekommen. Das hat man in letzter Zeit nicht bei ihm gesehen. Er hat sich zwar auch gefreut und mit seinem Trainerteam, mit der Bank und das... Aber da merkte man schon, dass er auch Angst hatte, da jetzt einen Punkt abzugeben oder möglicherweise sogar auf die Verliererstraße zu kommen. Aber am Ende ist alles zum Guten geworden und da war er natürlich wieder sehr souverän. Das spürt so ein Weltklasse-Trainer natürlich auch raus, wenn er dann mal gefragt ist. Ja, ist gefordert, dass er dann vorleben muss. Das ist ja das, was ich meine. Du musst deiner Mannschaft das an der Linie vorleben. Und das vermisse ich auch manchmal auf Schalke halt, dass der Trainer da viel mehr abgeht. Du musst nicht 90 Minuten da, so wie früher Klopp, dass er den vierten Offiziellen den Hals beißen will oder sonst irgendwas. Also das muss nicht, aber du musst mehr. Das hat Büschrins hervorragend gemacht auf Schalke. Ohne wenn und aber. Ja, der war schon fast Teil der Mannschaft, der stand schon fast unter dem Platz. Und das transportiert sich. Deine Bayern. Ja. Kriegen die solche starke Leverkusener noch in der Meisterschaft? Ja oder nein? Was? Ganz herrlich oder ehrlich mit meinem Bayern-Netz hoffentlich nicht. Ich träume schon als Bayern-Fan mittlerweile im dritten oder vierten Jahr davon, dass jemand anderer Meister wird. Und wenn es jetzt nicht die Dortmunder sind, sind mir alle anderen sogar sehr recht. Nicht, dass ich die Dortmunder Mannschaft nicht leiden kann, aber ich habe zu viele Nachbarn, die alle Dortmund-Fan sind. Und ich wüsste, was die ein Jahr lang am Stück machen. Die würden mir maximal auf die Nerven gehen. Aber das gehört ja dazu, dass man sich gegenseitig so ein bisschen vorkommt. Ich glaube, die glauben einfach an sich, die Leverkusener. Wir hatten mal aus meiner Hobbyzeit in der A-Jugend, 43 Spiele waren wir umgeschlagen, haben alles gewonnen, Pokal, alles. Und du glaubst doch immer daran. Du gehst auf den Platz und weißt, das Ding fährst du ein und dann fallen auch die Dinger rein, die eigentlich gar nicht reingehen. Dinger, die eigentlich drin sein müssten bei dir, gehen an den Pfosten, werden auch super gehalten und dann kommt so ein Flow. Wenn ich jetzt gerade von Didi höre, dass er sagt, man merkte, der Alonso war angespannt, da war an der Linie. Überträgt sich sowas auch ein bisschen auf die Mannschaft. Nicht, dass jetzt so ein Stück Nervosität oder so kurz vorm Ziel, man kennt das ja, je näher du kommst, umso größer die Nervosität. Wenn er gelassen bleibt und diese Ruhe weiterhin ausstrahlt, glaube ich, dass Leverkusen auch mit der Qualität die Leverkusener hat. Die spielen ja auch überwiegend einen richtig tollen Fußball. Ich habe sie live gesehen, zu Hause gegen Bochum, auch der Wirz, der spielt ja im Fußball, der spielt Pässe. Vor dem Tor selbst er, also bis dahin super, aber was der Pässe spielt, traumhaft. Und wie die Mannschaft funktioniert, wo die überall auftauchen, also dieses wenig starre System, du merkst die Lust am Fußball. Wenn die sich das bewahren, gehen die locker durch. Das einzige, was passieren kann, ist, dass der Kopf angeht, der Angst vorm eigenen Erfolg und die Presse, wie man es gerade schon sagt, die werden das jetzt irgendwann aufnehmen und werden Vizekusen thematisieren und was zu schreiben zu haben und sagen, ob die das durchhalten. Da kann man den Spielern nur wünschen, dass sie den Fernseher nicht anschalten, Zeitungen nicht mehr lesen, sich auf sich selbst konzentrieren. Aber es wäre verdient, hochverdient für Leverkusen. Ich persönlich gönn's den auch, damit man dieses scheiß Vizekusen wegkommt. Das will ja auch keiner haben. Und Bayern war oft genug Meister. Und sie sind in dieser Saison auch viel zu inkonstant. Das, was der Nagelsmann ja schon nicht rausbekommen hat, dass sie teilweise einen sehr guten Fußlauf wieder spielen. Und dann völlig neben sich stehen beim nächsten Spiel, völlig uninspiriert, völlig ohne Leidenschaft, völlig ohne Anspannung und spielen da was her und keine Ballsicherheit, keine Passsicherheit. Da denke ich so, eigentlich können die das und da funktioniert gar nichts mehr. Und das wird Bayern, Gott sei Dank, wenn ich das so sagen darf, zum Verhängnis. Und dann werden die nächsten Spielserien auch wieder interessanter. Genauso wie die letzte eigentlich super schon war, außer dass Dortmund das nicht über die Zielrede bekommen hat. Aufgrund meiner Nachbarn fand ich das dann doch wieder ganz gut. Aber ich glaube, Leverkusen nimmt's. Aber da muss ich nochmal drauf zurück auf das, was du gerade sagtest. Und zwar, dass du, trotz dessen, dass du Bayern-Fan bist, dir schon seit drei, vier Jahren einen anderen Meister wünschst. Warum? Als Fan eines Vereins wünscht man sich doch immer den maximalen Erfolg für seinen Verein. Gar keine Frage, das tue ich auch eigentlich überwiegend. Aber du bist auch Fußball-Fan. Und es wird ermüdend und es wird langweilig. Und zwar für alle. Auch für Bayern-Fans wird es eigentlich langweilig, wenn dem März schon feststeht, dass du schon Meister bist. Die Meisterschaftsfeier hat im Grunde genommen schon gar keinen Wert mehr. Weil es so früh festgestanden hat, als ich an Guardiola-Zeiten noch zurückdenke. Die anderen Mannschaften wurden ja dominiert. Die wurden ja erstickt. Die kamen gar nicht mehr an den Ball. Da findest du als Bayern-Fans schön. Aber das ist schon nicht mehr der Fußball, den du sehen willst, wo es hin und her geht. Wo es offen sein muss, wer hinten gewinnt. Das ist doch das, was wir sehen wollen. Da muss die Saison bis hinten spannend bleiben. Unten wie oben. Das war doch letzte Saison großartig. Wir wussten nicht am Ende des letzten Spieltages, wer geht runter. Wer macht die Meisterschaft? So muss Fußball sein. Und das erdrückt auch eine Liga. Und wenn es dann nur noch darum geht, den zweiten Platz auszuspielen, dann ist es verkehrt. Und das ist insgesamt lähmend für die Liga. Und ich fand es ganz, ganz schlimm. Darum wünsche ich mir seit vielen Jahren einen anderen Meister. Und Leverkusen hochverdient. Ich wäre sofort dabei. Eine sehr reflektierte Aussage eines Bayern-Fans. Da können sich die anderen zig Millionen Bayern-Fans mal eine Scheibe abschneiden, die immer noch meinen, dann müsste der x-te Titel jetzt in Folge her. Finde ich sehr gut. Ich glaube, Kinder, die zwölf Jahre oder jünger sind, kennen gar keinen anderen Meister als den FC Bayern. Insofern kann ich da deine Aussage natürlich dann in Summe natürlich sehr, sehr nachvollziehen. So. Letztes spannendes Thema in puncto Bayern. Tuchel, das ist jetzt klar, hört auf im Sommer. Aber eben im Sommer. Nicht jetzt. Jetzt könnte ich mir zwei Szenarien vorstellen. Szenario eins ist, dass jetzt wieder so ein bisschen Lockerheit reinkommt, weil klare Verhältnisse herrschen. So nach dem Motto, kommt das, was wir jetzt noch auf der Uhr haben, die paar Wochen, die spielen wir noch munter runter. Mal gucken, was da noch so geht. Vielleicht ein bisschen befreiterer Fußball. In der Champions League ist ja durchaus noch was drin. So jetzt diese Jetzt-Erst-Recht-Mentalität. Auf der anderen Seite ist Tuchel einer, der gerne mal rechts und links auch verbal um sich haut. Oder nur verbal, körperlich hat er das wahrscheinlich noch nicht getan. So. Und damit das eine oder andere Ego von Spieler XY oder von Vorstandsvorsitzenden, was weiß ich wer, dann gerne auch mal ankratzt. Und dann kommt vielleicht so dieses, der hat mir gar nichts mehr zu sagen, im Sommer gehen wir eh getrennte Wege. Und dann geht's richtig dahin. Welche der beiden Szenarien findest du wahrscheinlicher? Ah, ich, insgesamt bin ich überrascht, dass diese Lösung überhaupt gewählt wurde. Niemand spricht über von der Lame Duck. Ich weiß nicht, kennst du das aus deinem Trainer-Dasein, dass man gesagt hat, komm, wir sagen das schon mal allen. Du spielst die Saison zu Ende und, ach ja, Champions League haben wir ja auch noch. Muss man sich mal eine Beziehung vorstellen. Das ist ja noch nicht verloren. Also du kannst ja gegen Rom, darf es eigentlich keine große Überraschung sein, wenn du da jetzt doch noch im Heimspiel das Ding drehst und weiterkommst. Aber wie gesagt, wir reden von Motivation, wenn die Hälfte der Truppe, der geht ja nicht ohne Grund. Der geht ja nicht, weil er die Mannschaft hinter sich hat, weil die ihn alle so toll finden, weil die sich beim Vorstand einsetzen und sagen, lass den doch. Die Ergebnisse liegen in unserer Verantwortung. Der macht ein Top-Training, hört man ja immer. Aber offensichtlich, er hat ja auch die Achse so ein bisschen rausgenommen. Der Neuer war verletzt. Den Kimmich hat er irgendwie immer schwach geredet. Den Müller hat er auf die Bank gesetzt. Genau das meine ich. Dann hast du eigentlich die Achse rausgenommen, an denen sich andere auch entwickeln konnten, mitgespielt haben. Und jetzt hast du das rausgenommen. Pavlovich spielt super, sensationell. Aber er hat natürlich nicht diese Führungskraft, die erfahrene Spiele haben. Ich kenne es aus meinem Augenblick, wenn ein Trainer rausgesetzt wurde, wurde der unmittelbar rausgesetzt und bekam es einen neuen Trainer innerhalb von einer Woche präsentiert. Wenn du die Mannschaft da sowieso nun zu Teilen noch hinter wärst, warum geht man da noch? Oder Bayern hat gesagt, so wie wir in dieser Verfassung sind, wird das mit der Champions League eh nix. Und wir machen jetzt auf easy going, bringen das in Ruhe zu Ende. Das wird jetzt mal eine Saison, wo wir nichts erreichen. Wenn wir in die Champions League weiterkommen, freuen wir uns. Aber ich glaube nicht, dass da noch einer damit rechnet, dass die ernsthaft über den Gewinn der Champions League nachdenken. Wenn ich das tun würde, wie gesagt, wenn ich in der Verantwortung wäre, würde ich klare Verhältnisse stellen, einen neuen Trainer, der auch über die Motivation die Leute mitnimmt und dann vielleicht nochmal versuchen, in der Champions League was zu machen, weil ich nicht glaube, dass die Bundesliga noch zu gewinnen ist. Aber da, Champions League ist doch, man sagt ja immer bei Bayern, Bundesliga und DFB-Pokal. Champions League ist es so, bei DFB-Pokalen haben sie wie lange, wann fliegen sie immer im Achtelfinale raus? Seit drei, vier Jahren? Gegen Kiel, gegen Freiburg, gegen Gladbach, also die letzten Jahre, das war alles nichts. Genau. Ich glaube, letztes Mal vor fünf Jahren den Cup geholt, also insofern klar. Aber eigentlich ist die Champions League das Nonplusultra, das ist völlig klar beim FC Bayern. Aber ich finde diese Konstellation auch sehr befremdlich. Ich stelle mir vor, ich gehe zu meiner Frau Mitte Februar und sage, du hör mal, ist es Schluss? Aber keine Sorge, lass jetzt halt mit den Möbeln erst ab Juni. Das macht man ja auch nicht. Jetzt sagt man gut, das ist jetzt hier ein professionelles Arbeitsverhältnis, aber man weiß, wie emotionsgeladen so ein Gebilde, eine Mannschaft, Trainer etc. funktioniert. Also so sehr hinkt der Vergleich dann vielleicht doch nicht. Ja. Aber ich denke, diese Saison, diese Gesamtsaison tut dem FC Bayern sehr gut, weil die anderen Saisons, die vorher waren, haben einiges vertünscht. Und zwar der Umbruch. Er hat einfach nicht geklappt, dieser Umbruch. Und genauso denken sie jetzt mit dem Trainer. Wir lassen den Trainer bis zum Sommer. Wir werden sehen, was wir in der Champions League erreichen. Wir werden den Champions League Platz haben sie sicher dieses Jahr schon. Da kann nichts mehr passieren. Und dann wollen sie dem neuen Trainer, der kommen wird, die Chance geben, die Mannschaft mit dem Trainer zusammen so aufzubauen, wie der Trainer das möchte, wie der Verein das möchte, wie die offiziellen, Hoeneß, Rummenigge, Ewald kommt ja jetzt auch, ihm will man auch die Möglichkeit geben, sich einzuarbeiten für den Sommer. Und ich glaube, wenn man jetzt einen neuen Trainer holen würde und man würde auf einmal nicht gewinnen in der Meisterschaft und man würde auch in der Champions League nicht weit kommen, dann ist dieser neue Trainer schon direkt verbrannt. Ja klar. Für die neue Saison. Und so kann man dem Trainer ein gutes Feld eben, wo er ganz in Ruhe sich sortieren kann, wo er schauen kann, mit dem arbeiten wir weiter, mit dem nicht. Den holen wir, den holen wir, dem holen wir. Und geben dem neuen Trainer die Möglichkeit, absolut bei Null zu starten. Wenn er jetzt kommt, muss er ja, ich sag jetzt mal, bei 70 starten. Weil es sind ja noch Bundesligaspiele, es sind noch Champions League Spiele, all das. Und der neue Trainer kann in Anführungsstrichen nur schlecht aussehen. Ganz klar. Und Tuchel will man, glaube ich, auch die Möglichkeit geben. Ich halte Tuchel nach wie vor für einen guten Trainer. Ohne Wenn und Aber. Sicherlich, er hat wohl ein bisschen Probleme im zwischenmenschlichen Bereich. So schaut's aus. War bisher bei einem Verein auch immer ein bisschen zu hören. Aber er hat dadurch dann noch, in Anführungsstrichen, einen vernünftigen Abgang beim FC Bayern. Und dem neuen Trainer stehen ihm erstmal alle Türen offen. Okay. Klopp mit dem ersten von möglichen vier Titeln auf seiner Abschiedstournee. League Cup Sieg durch 1-0 gegen Chelsea. Verlängerung Van Dijk kurz vor Ende. Sensationell. Auch ja schon der x-te Titel mit Liverpool. Champions League hat er schon gewonnen. Die Meisterschaft. Und klar, die Cups in der heimischen Liga führen auch oftmals nur über die Reds. Jetzt eben dieser Last-Minute-Sieg gegen Chelsea. Ist immer wieder faszinierend. Auch das ist ja so ein Ding, da weiß man, dass der Trainer im Sommer geht. Aber das ist natürlich eine ganz andere Konstellation. Denn er ist schon viele, viele Jahre da. Hat den Verein auf ein anderes Niveau gehoben. Leistet da sensationelle Arbeit. Also natürlich nicht vergleichbar. Nicht, dass das jetzt hier verrutscht. Aber trotzdem, ich finde es ganz großartig. Wir hatten ja zu Beginn des Podcasts mal kurz über Baumgart gesprochen. Stellvertretend für oder sinnbildlich für Trainer, die Energie in einen Verein bringen. Wo sich das aber nach einer gewissen Zeit, einem Jahr, anderthalb Jahre auch abnutzt. Und die Spieler dann immer irgendwie das Gefühl haben, sie hören immer das Gleiche. Und dann erreicht es die eben nicht mehr im Herzen. Bei Klopp scheint das ja nicht der Fall zu sein. Der hat ja irgendwie noch ein paar Tools mehr drauf, die er dann immer wieder zieht oder drückt. Dass sich das eben nicht abnutzt. Und er hat ja auch so eine sehr energetische Art zu coachen. Ist ja jetzt kein Jupp Heynckes, der die Hand drauf hält. Diese väterliche Figur. Er ist ja eher einer, der eben mit seiner Energie fast als zwölfter Spieler da am Rand agiert. Natürlich aber auch mit dem Know-how, was dazu gehört, um immer wieder richtig auf den jeweiligen Gegner einzustellen. Und diese Mischung führt immer wieder zum Erfolg. Also das ist sowohl in der freien Wirtschaft als eben auch im Sport, glaube ich, faszinierend, wenn man solche Leute beobachten darf, oder? Ja, das ist so. Also dem Klopp sagt man ja nach und ich empfinde das genauso, dass er nicht nur ein Motivator ist, sondern vielmehr noch ein Menschenfänger. Er schafft es, die Leute einfach hinter sich zu bringen. Ich weiß, als er noch Trainer bei Dortmund war, als Dortmund, glaube ich, die Meisterschaft 11 und 12 eingefahren hat, da haben sie den Shahi interviewt. Und da sagte er, für den würde ich sterben, der ist wie mein Vater. Und wen kanntest du damals aus der Dortmunder Mannschaft? Es gab einen Weidenfeller, es gab einen Kehl. Die meisten waren namentlich unbekannten. Barjus kam als Welttorjäger, aber aus Südamerika, keine Ahnung. Der hat dann Gebilde rausgefasst, was immer 110, 120 Prozent von dem abgeliefert hat, was sie bringen konnten. Also die haben immer überperformt. Und das schafft er über eine unglaublich lange Strecke, weil er Menschenfänger ist. Und die Konstellation in Liverpool ist natürlich anders als bei der Tuchel. Weil er hingegangen ist und hat gesagt, ich von meiner Seite höre auf. Er sagt aber erstmal, wie sehr er alle liebt. Und sagt, dass ihm die Kraft ausgeht. Und er hat das schon mal ähnlich gemacht bei Dortmund. Als Dortmund, glaube ich, die Hinserie auf dem letzten Platz. Da waren die am 18. Platz, die Südkurve sogar fast verloren. Die haben sogar beschimpft. Und dann hat er gesagt, hör mal ich ja auf. Und das war wie so ein, da ging der Korken aus der Flasche. Und dann haben die ja eine gute Rückrunde gespielt und waren dann ganz sicher wieder in der Meisterschaft drin. Und das schafft der Klopp, selbst bei so einer Nachricht, die nochmal mitzunehmen. Ich glaube, jeder im Verein, vom Platzwart bis hin zu den Spielern, will dem Klopp jetzt auch den Abschied ermöglichen, den er verdient. Nämlich maximalen Erfolg. Alle geben nochmal alle. Und das wirkt jetzt wirklich befreiend. Und dann kann sowas funktionieren. Der Klopp ist halt ein Bomben-Trainer. Ich kenne nicht einen Verein, der ihn nicht als Trainer haben möchte. Wir Bayern-Fans träumen ja auch davon, den Klopp gerne an der Linie zu haben. Würde ich noch eher gerne lieber sehen als den Alonso. Das ist einer, der, ja, jeder findet ihn sympathisch bei jeder PK. Er hat die Presse hinter sich, alle lachen. Er ist halt, ja, schon fast als Trainer eine perfekte Persönlichkeit. Bevor wir hier zu machen, noch dein Klopp-Statement nach dem Titel, du gewinnen gegen Chelsea. Ja, Klopp ist, ich habe ja noch damals gegen ihn gespielt. Ich hätte niemals gedacht, dass er mal so ein Trainer wird. Das war ein Spieler. Wie war es gegen ihn gespielt? Ja, er war bei Mainz 05 damals. Als er bei Mainz war. Ja, ja, okay. Und dann hat er vorne, kann ich mich noch daran erinnern, war immer sehr kantig und eckig gegen ihn zu spielen. War unangenehm, weil er groß war und einem hat auch wehtun können. Aber nur das, ne? Der Fußballerisch war ja sehr limitiert, wie er selber sagt. Ja, ich sage mal so, es war bescheiden. Und er hat aber, ja, dann hat er das große Glück damals gehabt, da war er ja beim ZDF, glaube ich, als Experte eingesetzt. Und da hat er sich auch eine Menge Selbstvertrauen oben auf der Bühne geholt. Und da wurde er auf einmal interessant auch für die Bundesliga. Er hat ihn ja Dortmund dann damals geholt auch und da ist er seinen Weg gegangen. Hatte aber auch in Dortmund Probleme, als man ihn damals gesagt hat, die haben sich ja im gegenseitigen Einvernehmen getrennt, wie es so schön dann heißt. Und da ist er weggegangen. Es war auch gut, dass er weggegangen ist, auch wenn heute alle Trainer immer... Wir hätten am liebsten einen Trainer immer wie Klopp. Das ist für seine Nachfolger nicht gut in Dortmund, sieht man ja. Danach kam nicht mehr so viel. Und jetzt schreibt er seine eigene Geschichte in Liverpool. Verschafft sich selber natürlich einen Top-Abgang. Das Denkmal, was sowieso schon da ist, wird noch höher und noch größer mit jedem Titel. Und er wird sicherlich viele traurige Menschen zurücklassen. Aber auch bis dahin ganz viele Menschen glücklich machen, weil ich schon glaube, dass da noch möglicherweise ein, zwei Titel dazukommen. Ganz klar. Und dann wird er hoffentlich auch wirklich das ein Jahr Pause einhalten, um neue Kraft zu sammeln. Weil das kostet ja eine Menge Kraft auch. Und das Gute ist ja in England auch dieses Modell, dass du Teammanager praktisch bist. Dass du ja deine Leute hast, die auch viel für dich arbeiten und du nur an der Linie immer aktiv bist. Und das hat er auch. Und wir werden sehen, wo sein Weg hinführt und was... Und vor allen Dingen, wo er und welche Mannschaft er am Ende möglicherweise noch mal trainieren wird. Vielleicht sagt er ja auch, er hört ganz auf und setzt sich auf Mallorca ganz zur Ruhe. Oder macht den Bundestrainer. Ja, aber das ist glaube ich ein bisschen schwieriger für ihn, weil er da nicht in der täglichen Arbeit ist. Das ist wieder ein ganz schwieriger Posten. Naja, weil er halb Menschen fängt. Da brauchst du die ganze Woche die Leute. Da musst du schon immer wieder... Das ist ein ganz schwieriger Posten, Bundestrainer. Man sehe Julian Nagelsmann. Ja. Jetzt. Oder Flick vorher. Ja, das ist ja das Schöne am Fußballgeschäft. Deswegen sprechen wir auch Woche für Woche so gern drüber, dass wir eben nicht immer genau vorhersehen können, was da passiert. Natürlich werden wir das weiter begleiten. Was Klopp jetzt macht auf seiner, wie habe ich es gerade gesagt, Abschiedstournee mit Liverpool in der Meisterschaft. Zwölf Spieltage vor Ende der Saison auf der 1 mit 60 Zählern. Ein Punkt vor Man City, zwei Punkte vor Arsenal. Also ja, da wird es heiß zugehen im Titelkampf der englischen Premier League. So. Für heute war es das. Und heiß zugehen, gutes Stichwort, wird es auch nächste Woche wieder mit Matze Knob unbedingt einschalten. In zwei Wochen auch schon mal vormerken. Rot im Kalender, Rainer Kaimund. Und heute, Didi Schacht und Klaus Theenbock. Sensationell. Weil du ja nicht nur die Expertise, wie ich richtig angekündigt habe, bringst, sondern eben auch die Stimme hast, wo man... Du könntest ja ein Telefonbuch vorlesen. Würde ja auch jetzt jeder zuhören. Deswegen ist es auch kein Problem, dass das jetzt, glaube ich, knapp eine Stunde ging. Alleine dieses Zuhören. Ich verledere manchmal auch den Faden. Und das ist so ein bisschen wie so diese Schwimmungen, wo du dann so mit dir in Einklang kommst. Ist dir auch so gegangen? Das ist richtig. Ja, unglaublich. Klaus hat ja eine sehr markante Stimme. Ich habe für ihn auch Spaß gemacht. Er sollte vielleicht Heidi Klum synchronisieren. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie hinkriegt. Aber es ist schon Wahnsinn. Mein großes Problem ist es ja hier, dass es nicht nur ein Podcast ist, sondern dass es auch bei YouTube mit Kamera dabei ist, weil mir hat man gesagt, ich hätte ein Radiogesicht. Das ist ja... Die Stimme gut, aber das Gesicht... Aber das spiele ich ja mit dir, die in einer Liga. Das ist ja völliger Blödsinn. Deswegen machen wir jetzt noch ein Bild für die Ankündigung. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, was du meinst. In den sozialen Netzwerken. Da brauchen wir noch ein Foto. Das machen wir gleich. Jetzt erstmal vielen Dank fürs mit dabei sein. Gerne bis nächste Woche. Und ja, eine weitere schöne Klammer auf, Fußball, Klammer zu, Woche. Ciao. So, hat's gut. Glück auf. Glück auf.